Die Tezgier und der Kiber Hochmut sind kontradiktorische Gegenteile. Die können nicht zusammenkommen. Hat jemand Hochmut in seinem Herzen, dann kann er es mit Tezgier vergessen. Die Hochmut ist eine Blockade. Warum ist der Mensch eigentlich hochmütig? Weil er sich irgendwo in seinem menschlichen oder über den menschlichen Wert, über seinen eigenen Wert, er hat sich irgendwo da verschätzt. Seine Schätzung über sich selbst war etwas daneben gegangen. Und wisst ihr, die Sünde, die Sünden, die in Hochmut begangen werden oder wegen Hochmut, sind viel schwerwiegender. Wir haben zwei Menschen, die machen die gleiche Sünde. Der eine macht sie aber aus Hochmut, aus Arroganz, aus Einbildung und der andere macht sie ohne all diese Aspekte, die Sünde des Hochmütigen ist, viel gewaltiger und schlimmer. Deswegen habe ich schon am Anfang erwähnt, dass diese inneren Aspekte eine Priorität haben. Sie sind schwergewichtiger. Nehmen wir uns ein Beispiel, die Iblis. Glaubt ihr, die Sünde von Iblis lag nur daran, dass er sich nicht niedergeworfen hat? War dieses Kapitalverbrechen, was er begangen hat, nur dass er sich nicht niedergeworfen hat. Es war nicht nur die Nicht-Niederwerfung. Es war etwas anderes. Etwas, was das begleitet hat. Allah Ta'ala sagt, Und als der Herr zu den Engeln sagt, ich werde einen Menschen aus Tin erschaffen, einer aus einer wertlosen Substanz. Das ist auch ein ganz interessanter Punkt. Woher kommt der Wert des Menschen? Ist es eine Substanz, aus der er geschaffen wurde? Wenn der Wert des Menschen aus einer Substanz herrühren würde, dann wären die Malaika um einiges würdiger als der Mensch. Nicht die Substanz, aus der der Mensch geschaffen ist, macht ihn wertvoll oder erhebt ihn bei Allah Ta'ala. Er sagt, das, was jetzt kommt, hat ihn angehoben. Wenn ich ihn geformt habe und ihm mein Geist eingehaucht habe, das ist die Seele, die ich geschaffen habe. Die Seele, diese Seele, die in diesen Körper eingehaucht wurde, sie hat den Menschen, sie hat ihm sein Werk gegeben. Deswegen sagte ein Dichter, er sagte etwas ganz interessantes. Er sagte, in ungefährer Übersetzung, er sagte, widme dich deiner Seele, widme dich deiner Seele und bringe sie in Ordnung, denn du bist mit der Seele, nicht mit dem Körper Mensch. Den Körper teilen wir auch mit anderen Lebewesen. Mit anderen Lebewesen teilen wir einen Körper. Aber das, was den Menschen, zum Menschen macht, ihm sein Werk gibt, ist diese Seele, die Allah Ta'ala ihm eingehaucht. Und dann sagt er hier, فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ «Allen Malaika warfen sich nieder.» إِلَّا إِبْلِيسِ Außer Iblis. Was war das Problem? Nur die Nicht-Niederwerfung? Er sagt, إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرُ Er war hochmütig. Ansonsten hat auch Adam einen göttlichen Befehl, in einer gewissen Art und Weise nicht beachtet. Allah Ta'ala sagt, habe ich euch nicht diesen Baum verboten. Aber Adam war nicht zum Kafir geworden. Iblis ist zum Kafir geworden. Weil Adam hat ein Geständnis gehabt. Ein Geständnis. Aber Iblis hat nicht eingestanden. Er sagte, اَنَ خَيْرُمْ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَرَ وَخَلَقْتَنِي مِنْ تِينَ Also er hat so gesagt, das geht nicht. Das kann ich nicht akzeptieren. Du hast mich schließlich aus Nahr geschaffen. Und ihn aus dieser wertlosen Substanz, dem Trin. Warum stolziert der Mensch also? Weil er vergisst. Er vergisst seine Realität. Er vergisst seine Beschaffenheit. Er vergisst seine Verletzbarkeit. Er vergisst, wie zerbrechlich er ist. Besonders wenn man gut bemittelt ist. Wenn man vermögend ist. Wenn die Leute im Dienst stehen. Wenn dir gehorcht wird. Wenn du Gefolgsleute hast. Wenn du ruhmreich bist. Dann vergisst man in diesem Rausch. Das ist wie ein Rausch. In diesem Rausch vergisst du dann eigentlich, was du bist und wer du bist. Und das bringt Allah Ta'ala im Koran durch folgende Worte zum Ausdruck. Er sagt Sieht der Mensch denn nicht, dass wir ihn aus einem aus einem Tropfen erschaffen haben? Dieses Bewusstsein sollte eigentlich Bescheidenheit fördern. Bescheidenheit. Dieses Bewusstsein. Aber dann sagt er Er überschreitet all diese Wahrheiten und Fakten. Und dann sagt Allah Ta'ala Dann ist er aber ein widergespenstiger Sturkopf. Oder jemand, der ihn widerspenstig rebelliert. Die Hochmut ist eine zentrale Krankheit. Viele von uns haben falsche Vermutungen über Hochmut. Hochmut ist etwas, wovon viele betroffen sind. Hochmut ist nicht nur das, was wir uns manchmal so vorstellen. Das ist jemanden, der luxuriöse Kleidung trägt und mit hoher Stirn rumläuft und auch die anderen niederschaut. Das ist eine Form von Hochmut. Aber es gibt Hochmut, die viele Menschen teilen. Deswegen kann auch ein unbemittelter, armer, miskin hochmütig sein, oder nicht? Ist möglich. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, diesen Hadith finde ich sehr interessant. Er bekräftigt diesen Vers, den ich eben genannt habe. In dem Hadith von Busk ibn Jahaj, er sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam eines Tages Er sagte Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam spieh eines Tages in seiner Handfläche und zeigte mit seinem Finger darauf Und dann sagte er, dass Allah ta'ala sagt Oh Mensch, wie willst du mich bewältigen, wo ich dich doch aus derartigem geschaffen habe. Als ich dich zurecht geformt habe, bist du stolzierend auf der Erde umhergestampft. Du hast gehortet und gekarkt. Als die Seele an der Kehle stand, sagtest du, ich werde nun spenden. Wo bleibt aber nur die Zeit zur Spende. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte Das Paradies wird niemand betreten, der einem Senfkorn gleich Hochmut in seinem Herzen hat. Ein bisschen Hochmut bedeutet, wie gesagt, nicht nur dieses gewisse Auftreten. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte Ja, Allah sallallahu alaihi wa sallam, mir gefällt es schön aufzutreten, schöne Kleidung zu tragen. Er hat gedacht, dass das vielleicht die Hochmut ist. Und er sagte, das ist nicht die Hochmut. Hochmut bedeutet, die Menschen zu verachten. Also in deinem Gegenüber immer jemand Geringerem zu sehen. Egal in welcher Hinsicht das sei, ihn als etwas Geringeres zu sehen und die Wahrheit abzulehnen. Die Wahrheit abzulehnen ist auch eine Form der Hochmut, weil sie zum Beispiel von jemandem kommt, der dir unterlegen ist. Weil sie von jemandem kommt, der dir nicht gewachsen ist. Oder weil sie von jemandem kommt, den du nicht leiden kannst wegen diversen persönlichen Konflikten. All das ist eine Form der Hochmut. All das ist sie passiert. Jürgen Ni